Es ist so leise, redet mal mehr. Hallo Leute. Danke. Wenn Sie wüssten, wir sind heute nämlich auf einer Aufdecker-Mission unterwegs und werden jetzt gleich noch Hamburger Rolite S hier mitnehmen und ein McSunday. Und jetzt freue ich mich auf einen saftigen Burger. Dieser Moment, wo man sich fragt, wird das Ding aussehen wie in der Werbung? Und die Antwort lautet wie immer, nein. Es ist sogar der Karton einfach aufgeweicht. Der Burger an sich. Es ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied zu dem Bild hier. Wir nehmen uns heute ein ganzes Menü vor, das wir nachkreieren werden mit den Werbelügen bzw. Fotografie-Tricks, die ich gefunden habe. Und ich bin schon sehr gespannt, ob das auch durch ein Laie mit diesen verrückten Sachen gleich real aussieht. Hierfür brauchen wir. Burger, Zwiebeln, Salat, Schwamm, Schwämme, Schmelzkäse, Spitzel, 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 Schmerzsoße. 15 Minuten später. Welches Patty finden wir schöner? Ich würde sagen, das hier. Ich frage mich gerade, ob das Hühnerpatties sind oder warum das so hell ist. I don't know. Wir könnten es mit Lebensmittelfarbe einfärben. Aber ich habe keinen Braun. Das müsste man mischen. Wie willst du es eher mit Sojasauce bestreichen? Operation, wir bestreichen mit Sojasauce, ist gestartet. Wir probieren es hiermit und hiermit, was auch immer besser funktioniert. Sieht schon mal ein bisschen besser aus hier. Ich mache einfach einen Mix. Wer auch immer das dann hinterher isst, kriegt einen Keks von mir. Naja, sieht jetzt nicht unbedingt so geil aus. Ich würde sagen, wir leihen uns einfach das Patty vom Originalburger aus. Was haben Käse und ein Föhn bei einem Burger zu suchen? Der Käse eigentlich sehr viel. Und was mit dem Föhn passiert, das gucken wir uns gleich an. Die legen einfach diese Käsescheiben da rein. Und dann habe ich meinen eigenen Augen nicht trauen können. Sie haben nämlich tatsächlich das Ganze mit einem Föhn oder so einer Heißluftpistole angeschmolzen. Das wird sowohl ebenmäßiger und besser als bei meinem Burger. Ja, et voilà. Okay, welche Seite ist denn die schönste? Die guckt nämlich nach vorne auf unserer Werbung. Ich würde sagen, die hier. Wenn man jetzt hier guckt, dann sieht man, dass das Patty irgendwie extrem weit nach vorne steht. Das heißt, wir stellen das jetzt mal hier so her. Das Schlimme ist halt, das fängt gerade richtig gut an zu riechen alles. Als nächstes haben wir hier ein paar Tomätchen. Exquisit. Wir brauchen das nämlich nicht für ihn, weil das auf unserem Foto nur überall Wasser hinterlässt. Tatsächlich werden hier jetzt auch nicht mehr Tomaten hinten reingelegt. Da helfen wir uns dann später nochmal anders. Das wird richtig crazy. Das sollte reichen. Die mixen wir jetzt mit ein bisschen Salat. Hier vorne noch so dazu. Und jetzt fixieren wir das Ganze mit Zahnstochern, damit uns nichts verrutscht. Wie ihr seht, auf eurer Seite ist im Moment überhaupt kein Salat. Nur die Vorderansicht zählt. Also, ich würde sagen, das sieht doch schon ganz geil aus, oder? Doch Kim, was ist jetzt, wenn das Ganze so schief ist? Ich konnte es auch nicht glauben. Wow. Und jetzt wird es nochmal richtig weird. Wir verwenden eine Spritze, Mayonnaise und einen Pinsel mit Öl. Nur berühren. Ja. Das gibt dem Ganzen nämlich noch so einen gewissen, saftig geilen Glanz. Das ist einfach der Wahnsinn, dieser Unterschied. Krankenschwester Kim kommt mit der Mayonnaise-Spritze. Yeah, baby. Oh, das sieht so köstlich aus. Und dann haben wir hier auf der Seite noch ein sogenanntes Mayo-Lager. Ja, du. Was sagen wir? Also, ihr könnt mich gerne ab sofort jetzt eure Food-Fotografin buchen. Und von hinten dann so lecker. Als Beilage habe ich uns natürlich leckere Pommes mitgenommen. Man sieht die Hälfte auf den ersten Blick nicht, weil sie nach unten gesackt ist. Komisch nur, dass es in den Werbungen immer so aussieht. Und zwar fädeln die da einfach so Zahnstocher ein in die Pommes. Moment. Nehmen sich einen Schwamm, der kommt hier rein. Natürlich muss er so ein bisschen gekürzt werden, weil das hier ist etwas auffällig. Machen wir einfach mal mit Augenmaß. Sieht doch ganz gut aus. Da stecken wir jetzt einfach unser Pommes rein. Und ich würde sagen, das ist doch schon ein wesentlich lebendigerer Look als zuvor. Wir haben die sogar richtig hier nach Größen geordnet. Okay, wow. Die hat beim Umstyling von Germany's Next Topmodel den schlimmsten Look abbekommen. Um es in Heidis Worten zu sagen, brauchen wir nicht. Die sind fast schon zu symmetrisch, aber sie sind halt einfach auf dem Werbefoto auch so. Es ist so witzig, wie einem auffällt, wie unrealistisch eigentlich diese Produktbilder aussehen und wie man nie so einen Gedanken daran verschwendet hat zuvor. Der Moment der Wahrheit. Wow. Krass. Oh mein Gott. Wir füllen das jetzt hier noch auf an den Seiten. Because we can. Ich würde sagen, ein voller Erfolg. Und unser Menü wird langsam komplett. Das schaut nicht echt aus. Wir wurden gerade gecrasht. Was glaubst du ist faul an der ganzen Sache? Das erste Mal sind die immer viel liebloser zusammengefällt. Gequetscht einfach. Das schaut ja richtig schon perfekt aus. Und das ist das Fleisch, ich denke, die sehr viel größer birgt, als es sonst ist wahrscheinlich. Darf ich dich einmal erinnern? So sieht der aus, den du meinst? Ja, schon aus wie ein Meggy Boyle. Also doch falsch erinnert. Da seht ihr mal, Leute, was die Werbung eigentlich mit uns macht. Denn in der Werbung sieht er so aus. Hey, boy. Ich hab das gut nachgemacht, wie ich sie. Falls ihr gedacht habt, dass das schon das Absurdeste war. Nein, Leute, ihr habt noch nicht gesehen, wie man so Soft-Eis für Fotos inszeniert. Ich glaube, wir orientieren uns lieber mal an dem Werbefoto als daran, weil das ist irgendwie mittlerweile schon geschmolzen. Das kann ich aber auch nicht verübeln. Gegessen, meine Freunde. Wird es trotzdem mit großem Genuss. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Team Schoko oder Karamell seid bei so Soßen. Exquisit. Ach, Brain Freeze. Einmal abspülen. Um jetzt diese zipfelmäßige Form hinzukriegen, werden wir mit Rasierschaum arbeiten. Das funktioniert sogar. Drücken wir das mal runter, damit hier alles bedeckt ist. Alter, schaut mal auf der Seite. Das sieht einfach so echt aus, oder? Und jetzt müssen wir eigentlich schon gucken, dass wir hier nach oben gehen mit dem Ganzen. Und das so ein bisschen modellieren. Ja, das ist der perfekte Zipfel, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt Karamellsoße. Ja, nix verschwenden. Wir gucken jetzt einfach, dass wir das jetzt hier so in die Rillen gut reinkriegen. Das Geile ist halt auch, der Rasierschaum gibt überhaupt nicht nach. Ich war mir nämlich richtig unsicher, ob der nicht komplett schmilzt, sobald ich einfach mit der Soße da reingehe. Denn das würde ein normales Soft-Eis tun. Und dann bräuchte man wahrscheinlich auch nicht solche crazy Workarounds hier. Oh mein Gott! Das ist absolut krass, Leute. Sieht das nicht original aus, wie auf dem Werbefoto. Also es wird ein Heck irgendwie besser als der andere gerade. Ich bin so begeistert. Ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie die Matrix geknackt. Also wenn mir das jemand hinstellen würde, ich glaube, ich würde es sogar essen. Der perfekte Prank. Wobei ich merke gerade, dass es irgendwie ein bisschen sehr stark nach Blume und so riecht. Also spätestens, wenn der Löffel unter der Nase ist, würde man es stecken. Und jetzt, liebe Leute, es ist komplett Zeit für einen Drink, wenn ihr mich fragt. Und zwar ein ganz besonderer. Wir mixen hier jetzt nicht Whisky mit rein, sondern Aspiriden. Und warum das Ganze? Weil das in den Werbungen ja immer so richtig hoch fizzelt, wie ihr das hier oben sehen könnt. Und generell so viel Sprudel drin ist. Es hat davor nicht so erfrischend ausgesehen wie jetzt, oder? Wie lange das anhält. Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte für eine Sekunde richtig Panik, dass das Ding gleich in die Luft fliegt. Weil mit Mentos und so verträgt sich Kohle ja überhaupt nicht. Aber da hört es in der Werbung nicht auf. Denn Leute, ihr habt es gesehen. Da ist meistens auch noch hier so kondensiertes Wasser drauf. Sieht das jetzt noch was aus? Ich sehe es gar nicht von hinten. Ja, sieht man einen leichten Effekt. Finde ich jetzt aber nicht super mindblowing. Ungefähr so krass ist der Unterschied zwischen dem verwahrlosten Burger, wie er daherkommt, und dem, was wir soweit haben. Wenn ihr allerdings dachtet, dass dieser Schwamm das Schlimmste ist, dann seid ihr nicht ready für den nächsten Hack. Wir werden einfach mit einem OB jetzt gleich... Moment, ich zeige es euch einfach. Hierfür müssen wir jetzt Wasser erhitzen. Seht ihr diesen Dampf hier, Leute? Den brauchen wir jetzt, um das Essen noch frischer vom Grill wirken zu lassen, dass im Hintergrund wirklich so die Dampfschwaden aufsteigen. Okay, Leute. Also man sieht nicht mal in der Makroaufnahme, dass diese Tampons eigentlich dampfen sollten. Das war absolut unnötig. Aber sonst bin ich absolut davon begeistert, wie sehr die Sachen wirklich aussehen wie in der Werbung. Also wenn jemand da draußen Food-Fotograf werden will, you're welcome. Ich gönne mir dieses Menü jetzt noch. Minus der Zahnstocher und dem Schwamm. Und ihr könnt euch jetzt gerne währenddessen mal einen neuen Vlog reinziehen. Wir haben uns auf neue Wohnungssuche gemacht. Waren geil essen. Die Stars. Jede Woche kommt dort ein zweites Video auch von mir online auf YouTube. Ansonsten sehen wir uns auch gerne auf Instagram oder dann einfach im nächsten Video. Bye. Wow, kalt schmeckt er nach gar nichts.